Keine Angst, meine Damen und Herren. Dieser Film ist aus dem Leben gegriffen und nach dem Leben gedreht. Trotzdem sind alle Personen und Requisiten echt. Wenn es sich für einen richtigen Kriminalfilm gehört, kommen darin Gangster, Millionäre und andere Personen vor. Man müsste ein Ding drehen. Ein steuerfreies Ding müsste man drehen, das ein paar große, schöne Scheine einbringt. Los, drück auf den Pinsel, Virginia, und wenn's Bodenbrett durchkracht! Ich hab ja immer gesagt, die Mühle ist zu langsam. Luster, kommen Sie, mach dich zum Grafen. Was heißt, mach dich zum Grafen? Ich hab einen unheimlichen Adel im Gesicht. Ja, Portier-Adel, hier. Mein Blut ist zu blau, dass Sie mir manchmal sich einen Führerschein abnehmen. Was verschafft uns die Ehre, Herr Meisterdetektiv? Was darf's denn sagen? Vielleicht was Scharfes? Ja. Hier hat eine blondhaarige Dame gestanden. Benutzt das Parfum Fleur de Narcos. Wir haben ihm den falschen Lehrmeister gehabt. Immer nur Hände schön weich machen, Hände schön weich machen, damit man klauen kann aus den Taschen. Was ist denn das schon? Na, wenn man nichts anderes gelernt hat. Verhungert sind wir ja in dem Beruf noch nicht, nicht? Der Schuft. Ich hab' Männer gern, wie hart bis ans Kriminelle gehen, wenn sie sich in einen verknallen. Oh, Nick, knatterton. Oh, Nick, knatterton. Der Gauner biebt allein vor deinem Lächeln schon. Nur ein Schuss und 110 Mal bieten reicheln schon. Es hat sich nicht um eine Verführung, sondern um eine Entführung gehackt. Die nehmen Nylon 100.000 Marker. Was? 100.000 Piepen? Komm mal hier. Da klauen wir doch mit. Das lohnt sich doch überhaupt nicht mehr, den Grafen und den Diener zu spielen. Genau, richtig. Nischt wie rauf und beteiligt ihn an der Abnahme. Jetzt sind Sie doch sicher sehr erleichtert. Aber ich möchte Sie gern noch ein bisschen mehr erleichtern. Und zwar um 100 Mille. Durchhängt sich an den Händen. Macht, was ihr wollt. Es sind mir zu viele stille Teilhaber hier. Ich hab die Nase pleng. Kommen Sie, wir probieren unsere Rolle. Ich gebe Ihnen jetzt einen Filmkurs. Aber das war ja gar kein Filmkurs. Herr Noh, um dasselbe wollte ich Sie gebeten haben. Kombiniere, kombiniere, nur dein Hinterkopf ist schuld daran. Kombiniere, kombiniere, und das Gewinn nicht singen kann. Kombiniere, kombiniere. Nur dein Hinterkopf ist schuld daran. Kombiniere, kombiniere, dass dir nützlich singen kann. N condանale, noch nicht im Hinterkopf ist schuld Style. Das hat uns in der Tatzucht geladen. ines życia- und definitiv darin 살려わか Piesschen.